Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist AdminWD ohne Tee. Willkommen heute zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar werde ich auf einer meiner früheren Videos reagieren. Und ich würde sagen, wir beginnen gleich mit diesem Video. Und zwar habe ich mir das Video ausgesucht, was ich auch bereits auf meinem Kanal schon habe. Und zwar, wie ich meine Videos schneide und bearbeite. Link findet ihr nochmal unten in der Beschreibung zu den zwei Videos, weil ich habe es in zwei Teilen gemacht. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Video, wie ich vorher gemacht habe. Das wurde am 15.11.2014 hochgeladen von mir. Ja, von wen auch sonst. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, wie ich früher meine Videos geschnitten habe. Und was da zu kritisieren gibt. Zumindest von meinerseits aus. Ich darf ja meine eigenen Videos kritisieren. So, hier sehen wir, dass es am 27.08.2014 habe ich das aufgenommen, das Video. Ich habe das auch bereits schon mal hochgeladen, deswegen steht hier nochmal Reloaded. Weil das, was ich hier am Anfang sage, habe ich nochmal neu aufgenommen mit meinem Mikrofon, weil ich es damals noch nicht hatte im Sommer. So, jetzt geht es glaube ich. Ähm, ja. Ja, meine frühere Begrüßung. Ich muss auch sagen, das war einer meiner Lieblingsvideos auf meinem Kanal damals gewesen. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich fand das mega geil. Ich habe es auch irgendwie tausend mal angeschaut gehabt. Es war richtig cool. Also, für mich war es richtig cool. Ein sehr einfach aufgebautes Schneidprogramm, was für Anfänger sehr, sehr gut geeignet ist. Ja, das stimmt allerdings. Das Camtasia Studio war echt einfach aufgebaut. War wirklich krass. Also, man konnte echt vieles machen schon. Und ja, es war echt geil. Ich komme damit eigentlich sehr schnell zurecht und finde Camtasia Studio ganz gut. Doch für weitere professionelle Videos würde ich Camtasia Studio doch nicht weiterverwenden. Ja, das muss ich auch zustimmen. Also, es stimmt noch alles. Ich weiß jetzt nicht, wie Camtasia Studio jetzt mittlerweile ist. Aber früher war es zumindest so, dass es einfach nur simpel und einfach aufgebaut ist. Und zwar auch ziemlich teuer. Aber das war einfach so wie, ja, wie soll ich es sagen. Man konnte einfach, ja, ganz normal Videos schneiden. Aber jetzt nicht irgendwelche speziellen Effekte. Eher so gedacht wie für irgendwelche Urlaube, die man dann zusammenschneiden möchte zu einem Film. Und ja, sowas halt eher. Und nicht für irgendwelche Videos jetzt dann. In diesem Video seht ihr eine Speed Art, wie ich meine Videos schneide. Ich wünsche euch sehr viel Spaß und haut rein. Ciao. Das fand ich zum Beispiel cool. Man konnte einfach dort oben ins Fenster reingehen und sich das Bild so strecken, wie man es haben möchte. Bei meinem Schnittprogramm zum Beispiel, da muss ich das erst extra viel komplizierter. Man kann dadurch zwar mehr einstellen, aber viel komplizierter. Und hier konnte man wirklich richtig geil einfach so ins Bild mit reingehen und dann einfach so skandieren, wie man es haben möchte. Das war das Coole daran eigentlich. Ja, jetzt mache ich gerade mal Intro. Ja, jetzt mache ich gerade mal Intro. Man sieht schon, es ist wirklich ziemlich simpel aufgebaut, also richtig die Duden sicher gemacht. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich noch so meine Videos einfach durchschauen kann, einfach mal hin und her. Das Video lieber komplett angeschaut, einfach so richtig immer so durchgegangen. Das geht gar nicht. Ich müsste immer das Video komplett anschauen. Wow. So, jetzt mache ich es wieder. Und dann habe ich irgendeine Stelle entdeckt, wo ich bestimmt gehustet habe. Und die habe ich einfach so random einfach rausgeschnitten. Und ja, beim Gameplay sieht es dann immer komisch aus, wenn auf einmal so ein Bildsprung kommt. Aber einfach zusammengeschnitten. Hier die Stelle nochmal. Ja. Für mich war früher einfach nur wichtig, Intro, Outro. Was im Video überhaupt drin war, war einfach scheißegal. Ja. Ich habe einfach nur das Intro, das Outro gemacht und was da zwischen war, ne, oh scheiß drauf. Ah, mein cooles Outro, selber gemacht. Das war geil. So, hier habe ich immer eine Stelle aus dem letzten Video rausgesucht und dann sozusagen hinzugefügt zum letzten Video. Und dann habe ich immer so eine Stelle gesucht und dann einfach so mit eingefügt schon. Genau das ist jetzt das coole, dass man einfach wirklich alles gleich skalieren kann. Und dann konnte man das halt ganz schön dorthin zufügen, wo da steht letztes Video und Random Video. Bei Random Video habe ich da so ein Outro schon gemacht gehabt. So, so ein Mix. Genau. Ja, es war schon geil. Ach ja, da wird auch noch die Musik gedownloadet. Mega geil. Die Musik habe ich alle noch. Ja, das war geil. Nütze ich immer noch. Convert to MP3. Immer noch. Beste Seite. Oh, das war super, wie dieses Lied hieß da. Ja, einfach. Die Musik viel zu laut, viel zu laut, das sieht man. Das sehe ich hier an die Zickzacks hier. Die Musik war viel zu laut. Also ich habe auch die alten Videos manchmal angeschaut und dachte mir so, die sind doch viel zu laut, Bruder. Das ist das wichtigste Outro. Also ich habe hier echt alles aufgenommen. Surrendern. Können wir zwar rausschneiden, aber okay. Aber wie YouTube noch aussah, so ganz anders. Ja, jetzt schaue ich das Video an, aber nur das Intro und das Outro. Schaue ich das Intro an. Passt, Outro, passt. Dazwischen. Egal. Genau, die Quellen. Ah, jetzt kommt auch noch das Tabnail. Auch richtig professionell. Einfach irgendein Bild genommen und dann bam. Hashtag 4. Oh man, gar nichts dazu. Ja, das muss man zum Beispiel jetzt nicht mehr machen. Das zum Beispiel gibt es glaube ich gar nicht mehr mit diesen Anmerkungen hinzufügen. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Also das hier ist jetzt glaube ich Info. Also wo das dann so ein I ist es jetzt. Wo man dann draufklicken kann. Wo man dann weitergeleitet wird. Wohin auch immer. Zum Abonnieren oder zum anderen Video. Das ist jetzt glaube ich das Neue. Und früher war es so, dann konnte man halt noch solche Kästchen machen. Und dann konnte man das dann auf das Video drauf tun. Und dann konnte man das dann verlinken. Aber jetzt zum Beispiel so, man kann es einfach ganz normal das Video dazu einfügen. Und dann wird das Titelbild gezeigt. Was ich eigentlich ziemlich cool finde. Obwohl so finde ich es eigentlich auch nicht schlecht. Weil da sieht man ja die kleinen Ausschnitte vom Video. Und jetzt sieht man eigentlich nur das Titelbild. Aber ich finde es eigentlich auch so geiler. Aber man könnte auch so eins machen. Genau, jetzt konnte man jedes einzelne, ab welches Sekunde es eingeblendet wird. Und was es halt machen soll. Zum Beispiel mein Profilbild zum Abonnieren. Oder hier Subscribe nochmal zum Abonnieren. Genau, hier könnt ihr es einfügen. Und das letzte Video konnte ich dann meine Videos reintun. Die haben wir hier genau. Also das Random Video war sozusagen auch von mir geplant. Welches es war. Das ist einfach, ja. Aber jetzt gibt es zwei. Einmal das letzte Video. Und für Zuschauer angepasst. Also sozusagen auch fast wie so ein Random Video. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen und einen Abo sehr freuen. Wie immer könnt ihr unten in die Kommentare Verbesserungsvorschläge reinballern. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Mittwoch wieder mit einem brandneuen Video. Macht's gut. Ciao.